Aber wie gesagt, sie machen sich ganz gut gegen Zombies, hauen einige Headcrabs weg, hauen die Ameisendinger weg, das finde ich schon mal gut. Sie heilen meinen Knackarsch und das ist richtig viel wert. Sie halten mir den G-Men vom Leib, das finde ich ganz okay alles. Ja, komm, die dürfen bleiben. Die Vortigons kommen jetzt alle ins Buch der coolen Leute. Was? Ich glaube, wir kommen gerade recht. Das Extrakt, wundersames Sekret. Schnell, nehmen wir nun das Extrakt in uns auf. Na los da. Ein Mensch ist nötig, gut. Zu uns, Freeman. Wie, jetzt? Wir verknüpfen Dr. Freemans Leben mit den Ehren. Ja, es wird schneller. Fast portal ist das Pantzenschluch. Oha. Dr. Freeman, dies ist vielleicht nicht der günstigste Moment für ein kleines Gespräch. Doch ich musste warten, bis Ihre Freunde anderweitig beschäftigt sind. Früher war Miss Wands ihnen unwichtig. Damals war ein Mensch für sie nur ein Brecheisen, das ihnen in einem Stahlgang entgegenkam. Als ich sie aus Black Mesa holte, musste ich mir oft anhören, sie sei doch nur ein Kind und ohne praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, diese Zweifler zu ignorieren, solange ihr Einfluss noch zu groß war. Dennoch, ich vergeude meine Investitionen nicht und weiß, dass sie mehr wert war als dieses erste Urteil. Darum erwarte ich jetzt von Ihnen einen kleinen Gefallen zum Dank für Ihre eigene Rettung. Bringen Sie sie sicher nach White Forest, Dr. Freeman. Ich wünschte, ich könnte selbst mehr tun. Aber ich unterliege leider bestimmten Einschränkungen. Also, nun, hör mir gut zu, mein Kind. Wenn du deinen Vater siehst, sag ihm Folgendes. Rechne mit ungeahnten Konsequenzen. Sie rührt sich. Ihre Vortalform ist wieder intakt. Wir haben einen furchtbaren Verlust verhindert. Oh Gott. Still liegen. Oh mein Gott. Ich dachte... Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Ein Combine-Jäger hatte sie schwer verletzt. An Jäger. Das war's also. Wir haben Knochen gerichtet und den Kreislauf wiederhergestellt. Doch, es war Dr. Freeman, der Ihre Worte Sends zurückholte. Ich liebe es. Warum wird das Telefon nochmal erfunden? Ich weiß das nicht. Das ist Goden. Wie lange war ich weg? Ein paar Stunden. Stunden? Wir müssen doch weiter... Noch einen Moment. Aber... Wir müssen nach White Forest. Es ist wichtig. Keine Sorge. Wir werden euch den Weg weisen. So. Jetzt soll sie versuchen aufzustellen. Ich weiß nicht, was ihr getan habt. Aber ich habe wohl Glück, noch hier zu sein. Kommt nun. Ich will euch den Weg nach White House zeigen. Ich lasse ihn und allein vergiss es. Komm schon, Goen. Wir werden weiteratmen. Wir so unaufspüren. Lebt wohl. Viel Erfolg. Gute Reise. Viel Glück da draußen. Okay, Freeman. Pass dich an. Was soll das übrigens heißen? Keine Ahnung. Hört sich nach Wort sagen. Oh ja. Ich denke, ich kann jetzt allein laufen. Ich versuch's mal. Ja. Noch etwas steif, aber... Ich denke, es geht. Das krieg ich auch ab und zu. Ui. Das sieht ja lecker aus. Was machen die Pupillen? Lass mal gucken. Ey. Komm. Ey. Ich gewinn das Spiel. So. Na, 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 na. Ah, ah. So, jetzt habe ich gewonnen. So. Zeig's mal her. Und die? Ja. Sieht doch ganz gut aus. So. Hallo. Das war ein Wächter. Aber. Dem muss jemand ziemlich ans Bein gepinkelt haben. Der Wächter ist einzurnt über unseren Raub des Extrakts. Wenn er sich uns in den Weg stellt, müssen wir ihn töten. Ihr habt die Eier ramponiert? Klar ist er da sauer. Was soll ich schon machen? Du bist halt mein Knackarsch. Okay. Ha. Guck mal. Himmel. Oha. Guck mal. Stocken. Oha. Guck mal. Ah, Stocken ist wieder gut. Aller autonomen Einheiten. Von Lein. Die Combine sind unterwegs. Ja. Und sie tragen Schuhler-Teucht. Advisoren noch in Inkubationskapseln. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Combine-Troppen. Das haben wir als Untertitel gesehen. Die haben's ja ziemlich einig. Sie ziehen zielstrebig nach Norden. Norden? White Forest. Wir müssen vor ihnen da sein. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Worauf warten wir? Ah. Komm. Ich krieg einen. Baf. Puh. Ist doch alles Beschiss. Ähm. Etwas Platz bitte. Hallo. Ich bin gerade Freeman. Ha. Zum Beispiel los hier. Doch.